Hi Kennst du schon meinen Rumba? What the fuck? Probably smells Lässt du meinen Hexenhut mal in Ruhe? Die denken alle, ich bin doof, ne? Danke Die Voice-Actorin ist super Ja Let's go get them Liebe dich Ey, wir sind nur Freunde, ja? Das ändere ich Es ist eine kleine Maschine, die Tokens nimmt und dir ein Geschenk dafür gibt Drei Tokens für ein Geschenk, ja? Nicht genügend Tokens, naja, fliegst Das Leben ist hart Erstmal wieder den Rumba-Ergang Wie es dich jetzt anfickst, hey, für drei Tokens, gibt's was? Und dann drückst du ja und dann ne, gibt's nie Hier ist die Geschenkeliste Kann ich da irgendwie jetzt einstellen? Äh, das ist glaube ich noch, ob ich jetzt vier Zeug ich hab Und hier gibt's dann die anderen Welten wahrscheinlich, wenn ich mehr von den Dingern hab Genau, wenn ich vier hab, kann ich da rein 14 da 25 da oben Kann ja doch einiges zu geben noch Ein bisschen chillen Ein bisschen chillen Wie sie da liegt jetzt? Was haben wir hier jetzt? Sie kamen aus dem All Der Himmel scheint zu spitzen Guck dir das mal an Der Mafia-Boss sieht auch aus wie ein Loser, ne? Ich glaub's ist nicht mal der Boss Du, das regnet grad Ah, ich hab ne Regenjacke! Mal schauen, wie's mit dem Standardhut aussieht Kidz-Hut Ich will Kidz-Hut Wie süß ist das denn? Hi Was ist mit dir? Der kleine Mädchen sieht Ping da oben? Der Mafia fragt, ob es da gibt Aber der Mafia hat nicht Zeit, um die Entrennung zu suchen, wenn die Mafia braucht, um zu schauen Clever Von oben wahrscheinlich, wa? Hm? Ja, da Ja, da geht's rein Vermutlich noch nicht jetzt Jetzt stürmelt hier so ein bisschen Hallo Mafia Guck mal, ich hab nen Prompt, dass ich euch erhitten darf Habt ihr das gesehen? Wollt's nur mal anmerken Ich ja sagen kann, dass es die beiden interessiert Weil ich glaube Mafia gibt sich mit sowas nicht ab Nein, nein, nein Mafia zu Beschäftigter mit Glotzen Wen hab ich grade zertreten? Oh, wir können auch den Wasserfall nach oben nehmen Ah, die haben ein Gitter installiert Clever Mafia sehr schlau Warum du denken wir nicht lesen? Weil Bücher dümmer sind als ihr? Gut, er kann Schlaues Mädchen Was sind das da unten? Habe ich hin Das ist ein Tanuki Ja, ich will grad sagen Guck mal, da fliegen die Oh, mega, ich kann das Combo Hast du das gesehen? Das ist übrigens die SS None of your business Das ist Oh Mann, ey Wie konnte ich dieses Spiel so lange nicht spielen? Also ich weiß warum Ich hab drauf gewartet einen neuen PC zu haben Weil ich das unbedingt streamen wollte Aber... Uff Also das Spiel ist ja nochmal besser als ich erwartet hab Und ich hab schon damit gerechnet, dass es wirklich gut wird Ich riech wieder gut Die SS None of your business Oh, guck mal, ich sah aus wie ein Zombie Da hat der Mafia Angst Oh, wenn ich ihn haue, hat er keine Angst mehr Ja Da kommt sein natürlicher Instinkt durch Wahrscheinlich musste ich mir diesen Dreck hier abholen Um dann später den einen Typen zu erschrecken, der da so Angst hatte Ja Die Frage ist, wo ist denn der? Warte, warte, ich hab ne Idee Da hinten Gehen wir mal hier ums Eck rum Ja, guck mal, das haben wir jetzt alles schon eingesammelt 800 brauche ich für den Nerv-mich-nicht-Nuschel-Button, ne? Hm... Ich glaube ja Boah, da ist ein Leiter Oder 900, bin mir nicht mehr sicher Alter, wie schnell die Leitern hochklettern kann Kaboom Da ist er Im Prinzip hat er sogar recht Scheiße, jetzt hat er eine Existenzkrise Wo ist der hin? Da drüben Ich glaube ich muss ihn jetzt einfach nur verfolgen Er kann bei Regen auf jeden Fall besser klettern als Link Die arme Sau, ey Nein! Oh oh Oh, wie nett, dass es dir nicht einfach ein Game Over gibt, ne? Ja Ich hab das Spiel halt verstanden, was viele Leute an alten 3D-RPGs nicht mochten Komm ich da hoch... Oh, warte, ich weiß weh Die Musik ist aber auch Hammer, ne? Ja Einfach so ein Halloween-Mafia-Team Wow Sie sind immer auf jeden Fall Die Brille ist so fantastisch Die Brille ist so fantastisch Na Ja Maphia jaja Moin, grab noch mal einen. Kann mal jemand mein Fenster reparieren? Wo gibt's jetzt noch einen? Ja, nieder mit den Mafias. Ich glaub, das ist der Mafia-Boss, oder? Ja, das Ding schießt mich jetzt wahrscheinlich hoch. Go away. Wie stolz die aber auch noch auf die ganzen Fische sind, ne? Okay, keine Sorge. Ich werfe auch mal was. Was haben die da eigentlich geworfen? Irgendwelche Flaschen und keiner von denen trifft, die steht einfach nur ganz ruhig oben. Glaubst du, das sind meine Uhren, die die da werfen? Ich geh mal hier außen rum. Ich hab immer so theoretisch gefragt, was denn hinter dem Gebäude ist. Ne? Oh. Die Statue. Kannst du dich runtertreten? Schade. Wie ist das gleichzeitig so cool und so adorable? Keine Sorge, ich will mir nur mein Geld. Es ist Showtime. Die hat Bock. Die hat richtig Bock. Ich gucke mir nochmal was. Hier muss was sein, oder? Auf jeden Fall. Na, mal später. Ich geh mal rein. Go away, please. Geht's? Geht's euch gut? Ganz nett haben sie es hier. Sie natürlich direkt mit der... Die haben irgendwie nur ein HP hier. Was ist das hier? Als ob du die Landeswehren genommen würdest. Aber du hast leider vergessen, bei der Wechselstube vorbeizuschauen. Ach, Mann. Rasenschlüssel. Ja, ja, ja. Toll. Geil, ich bin auf dem Herrenklo. Der nimmt das sehr gechillt. Boah, was man so aus vom Herrenklo findet, ne? Ich glaube, da will ich nicht rein. Ist nicht das Herrenklo, das ist das Mafia-Klo. Guck. Also Mafia am Schleifen. Ich brauche irgendwas, was ich da drauflegen kann. Wer ist er denn? Du sollst gehen. Das ist kein Ort für kleine Mädchen. Die meisten sind nicht für Kinder. Aber... Nicht alles, was ich verkaufen, ist von Wert. Ich verkaufe auch schreckliche Badges. Und trotzdem... Leute kaufen sie. Glaubt ihr einen weiteren Anstecker auszurüsten? Da ist der Nuschel-Anstecker wieder. Der ist auch terrible. Siehst du die Fliegen drumrum? Der ist nicht als Power abgedacht. Also einen weiteren Slot haben ist, glaube ich, sinnvoll. Durchaus, ja. Dein Regenschirm rettet dich vor großen Stürzen. Wenn ich damit auch besser gleiten kann, ist der auch sinnvoll. Wie der Typ aber auch ausflippt, wenn ich ihm was gebe, ne? Ja, er reg dich ab. Wie dein Anstecker aus. Kamera... Warte. Kamera muss ich ausrüsten, damit ich sie benutzen kann. Warte, was muss ich für den Regenschirm jetzt machen? Ich glaube, passiert das automatisch? Ja, ich glaube auch, dass es passiv ist, wenn du irgendwo runterfällst. Ein netter Typ, so ne? Aua! Was soll das denn? Oh, guck mal, ich komme auf die Estrade hoch. Mal schauen, ob ich was finde. Oh, das sind Mäuschen. Hallo, Mäuschen! Mäuschen hat es nicht gefallen, True. Ja, guck mal, das Kätzchen! Cooking Cat! Meinst du, das soll ich da unten mal draufstellen, oder? Hallo, Mäuschen! Ah, ich dachte, ich kann drauf springen, Mist. Aua! Mach ich halt so. Da ist Health! Mehr Health! Hallo! Dieses Quietsche-Endgeräusch, das wird auch einfach nicht unlustig, ne? Es schüttelt draußen immer noch. Von hier aus ist der Regen viel schöner. Ich hole mir dann mal den Schlüssel. What's wrong with you? Die haben es aber ganz schick hier so, ne? Fast, True. Ich glaube, dass der nicht hierfür gedacht ist, wenn er sich nicht von alleine drauf stellt. Oder kann ich das so machen? Ne, sie wirft ihn nur. Sie stellt ihn nicht sanfte ab. Hey, ich glaube, dann brauche ich den in der Küche wahrscheinlich, wa? Hm. Vielleicht gibt es irgendwo einen Türrächer, der ich nicht vorbeilassen will. Den kannst du ihm was zu essen geben. Den da. Hm, Krabben. Ich kann ihn fallen lassen, nicht nur werfen. Was muss ich denn drücken? Ich habe B gedrückt zum Aufheben. Lass uns einfach direkt auch nochmal werfen. Einer hat ihm das fallen lassen, ich bin blöd. Schau nach unten rechts, ja, ist recht. Guck mal, RT, das fallen lassen. Hm. Nice. Ich habe einen Schlüssel. Und den schiebe ich dem Mafia jetzt in den Hintern. Jetzt sind wir nebeneinander. Nein. Ich habe bloß eine Bildschirm übertragen für ihn, dass er das live sieht. Da brauche ich noch irgendwas für. Kann ich irgendwas auch? Ja. Vielleicht. Der heilige Fischraum. Ich mag, dass die Explosion immer funktioniert. Das sieht was wie die Mafia-Version eines 5-Sterne-Essens aus. Aber es riecht nicht, nicht danach. Vielleicht kann ich was probieren, aber ich möchte nicht auf meinem Grabstein stehen haben, dass ich das gegessen habe. Ich rieche sowas, ne? Oh, guck mal. Geh erst mal hier hin. Ich rieche sowas, ne? Wie 10 Euro. Ja, 10 Euro sind das. Du widerstehst im Drang, einen Fischwitz zu machen. Du schaffst es, obwohl dir einer auf der Seezunge liegt. Ja, danke. Verstehst du, Ginyu-Seezunge? Haha. Der war gut. Checkpoint. Boah. Da, Gobert. Das ist alles Tokens? Kann ich die haben? Nice. Ich krieg viel zu viel von diesem Garn. Glaubst du, es gibt Leute, die kriegen die Hüte nicht beisammen? Vermutlich schon, ja. Oh oh. Wer das wohl ist? Er hat doch noch so ne Kochmütze auf. Er denkt bestimmt auch, er kann gut kochen. Diese Goldstatuen. Hier gibt es Mafias, die haben diese schwarzen Anzüge. Die würden filmen, wenn man siehst. Try this predictable. Bam, Bombe ins Gesicht. Gah. So. Es ist du! Ever sinds du in Mafia-Town. Es hat regnet mit diesen Magical Hourglassen. Du musst dich sehr verletzt, Kid Riffy-Hatt. Du bist in der Herz unserer Stadt. Stammt vor dem größten Mann, du wirst niemals sehen. Everything you've ever owned, belongs to me. Including this hourglass piece. If you want it, we'll have to settle it in true Mafias. Tobi sagt irgendwas mit Discord, kannst du mal kurz checken? Okay. Wer mich mit so ner Kinder-Rassel verprügeln? Wahrscheinlich ja. Ich seh nix wegen Discord, keine Ahnung. Ah, er schreibt Discord ist ein tolles Druck. Oh, was war das? Ah, also ich seh's auf dem Boden jetzt erst. Ups. Hinter mir ist ein Mafia-Typ, als Baum verkleidet. Ich hab ja das Gefühl, ich treff ihn damit, ne? Sieht auf jeden Fall so aus. Hm. Oh, oh, ich hab nicht gesehen, dass das zwei hintereinander sind. Oh, irgendwie konnte ich gerade diesen Sprunganggriff nicht machen. Die Musik geht auch richtig gut abgerade. Der Hexen-Loot ist, glaub ich, so der beste Hut hier. Feet her ausrastet. Da kam grad so ein Mafia-Typ. Aber das ist wenigstens nicht so ein König Bob am Schmeißen einmal runterkampf. Der macht ja wirklich ein bisschen was. Hm. Also für den ersten Boss bin ich den schon ganz anständig. Ach die Scheiße. Oh, wow, was? Ach so, ich weiß was. Ich hab zwar verkackt, ich hätte mich da ans Loch stellen müssen. Ja. Das geht vielleicht hier an der Ecke auch. Nice. Clever. Hast du gesehen, wie er über die Lücke drüber verlanciert ist oben? Ja. Hier. Warte, vielleicht muss ich da in das Loch rein. Aber... Der Mafia-Ball, ey. Ich will jetzt schon mal in das Loch rein. Vielleicht kann ich ihn da aus dem Loch aus angreifen. Das ist halt die Frage. Äh. Das Timing von dem Loch ist gar nicht so... Ach so, oh, hast recht. Das wird jetzt noch spannend. Ne, so nicht. Ich muss glaube ich wirklich durch das Loch hoch, wa? Nice. Nochmal. Ich glaube, der hat keinen Bock auf mich. Kann das sein? Oder er freut sich auf dich. Siehst ja vorhin, hier passiert sonst nie irgendwas. Ich frage sich, ob man ihn treffen muss. 3-Treffer-Regel geht ja bei dem scheinbar nicht. Was macht er denn jetzt? Was ist das schon? Oh. Schon wieder? Ah, dann muss ich Doppelsprung machen. Einer reicht nicht. Der freut sich richtig. Kommt jetzt der Mafia-Ball? Noch nicht. Ich frage mich ja schon, was mit Rotkäppchen eigentlich ist, ne? Am Anfang hat die sich so richtig kurz aufgespielt. Aber irgendwie musst du dir ja dauernd nur helfen. Während sie abhängt. Ha. 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 Irgendwie klettert sich aber auch nicht hoch, so, ne? Mal in die Ecke stellen. Hä, der Ball ist der Endgegner. Ach so, jetzt habe ich's. Du sollst in die Ecke, damit du auch hinter dem Ball willst, wenn er zurückrollt. Oh, Ultratarte. Das hüpfte auch so einer. Megatron. Jetzt hat er Bock. Jetzt hat er Bock. Jetzt ist er Megatron, ey. Oh, schon wieder. Das Loch ist ne Illusion. Das ist so gedacht, dass du dem hinterher rennst, damit du hochkommst. Über das Loch. So. Hab ich doch! Reg dich ab! Manchmal machst du aber diesen Sprung nicht. Oh, schon wieder. Der hat's aber schon drauf, ne? Für so'n ersten Boss. Oh, fuck. Geiles Gitarren-Solo. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute an dem verreckt sind. So wie ich. Ist ja dir zum Glück es nicht passiert. Nee, richtig. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute bei dem richtig hart verrecken. Also so mehrfach. Also gerade so Leute, die schlecht in solchen Spielen sind. Oh, oh. Ja, genau. Ich kann mir das. Entschuldigung. Musstest du das jetzt erwähnen? Glaubst du, das ist gescriptet? Und dass sie das nicht sagt, wenn ich das nicht mache? Ich glaube, das ist gescriptet. Also, dass das nur kommt, wenn es dir passiert ist. Nein, nein, nein. Warte, was? Das macht keinen Sinn. Du hast all diese Macht. Und du wirst es nicht nutzen, um Schmutzung zu kämpfen? Nee. Ich habe Schnitzel im Kühlschrank. Wenn du sie nicht benutzt, um Schmutzung zu kämpfen, dann werde ich es. Oh-oh. Was soll denn das jetzt? Wie soll ich mir denn jetzt den Nuschelanstecker kaufen? Ups. Nice. Ich mag so ein Spiele sowas pullen. Das war kein Spiele sowas. Untertitelung. BR 2018